Seid gegrüßt zur 21. Folge unseres Wirtschaftstalks. Heute reden wir darüber, was John Maynard Keynes zu Börsenspekulationen und ihren Auswirkungen auf die Konjunktur gesagt hat. Und wir starten mit einem Beispiel über Weizen. Weizen ist ja kein unwichtiger Rohstoff und die Spekulationen machen auch vor so etwas nicht Halt. Ich habe das Ganze mal quasi ideengeschichtlich verfolgt und habe dazu alte Zeitungsartikel aus dem Handelsblatt gelesen. Also das ist eine uralte Geschichte, die auch schon in den 80er Jahren aufgetreten ist. Vielleicht hören wir uns erst mal an, was da stand. Da stand beispielsweise, oh nein, jetzt bringt Brasilien große Mengen Weizen auf den Weltmarkt. Jetzt wird der Weizenpreis fallen und die Spekulanten werden ihr Geld verlieren. Das ist natürlich schlimm, wenn mehr Weizen am Weltmarkt ist und die Leute genügend zu essen haben. Hat mich dann immer ziemlich amüsiert, diese alten Artikel. Aber was ist da eigentlich passiert? Der moderne Weizenspekulant besitzt kein Weizen mehr. Er hat ein Derivat und stießt eine Preiswette auf den Weizenpreis an. Und er profitiert dann also vom steigenden Weizenpreis. Allgemein in der Theorie über Marktwirtschaft geht man halt davon aus, okay, jetzt steigt der Weizenpreis. Jetzt holen die ganzen Leute ihr Weizen aus dem Lager und stabilisieren damit den Weizenpreis. Also stabilisieren das Angebot, weil der Preis gestiegen ist. Das Ganze passiert aber am modernen Spekulationsmarkt nicht, sondern die Leute haben halt einfach nur eine Preiswette. Und wenn der Preis steigt, dann freuen sie sich. Aber sie bringen keinen Weizen auf den Markt, nicht mehr Weizen auf den Markt, weil sie gar nicht über Weizen verfügen. Das ist sozusagen das Paradoxe an diesen Derivaten. Man spekuliert nur noch auf die Preise und ist überhaupt da kein Anbieter mehr. Also Spekulation auf steigende Rohstoffpreise und egal welche Rohstoffe, da wird vor keinem Rohstoff halt gemacht. Und damit gebe ich das Wort mal an dich ab. Ja, der Rohstoffmarkt ist, glaube ich, der Markt, wo man diese Auswirkungen von Spekulationen auf die Realwirtschaft am besten demonstrieren kann. Denn der Weizenpreis ist da ein sehr gutes Beispiel. Der hat sich zwischen 2020 und 2022 mehr als verdoppelt. Und seit 2022 hat er sich mittlerweile wieder halbiert. Er ist also wieder auf dem Stand von 2020. Für die Realwirtschaft hat das natürlich dramatische Auswirkungen. Wenn eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel plötzlich doppelt so teuer ist, dann müssen viele Menschen, vor allem in armen Entwicklungsländern, plötzlich einen viel größeren Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben. Was im schlimmsten Fall zu Hungersnöten führt und in weniger schlimmen Fällen zumindest die Konjunktur in diesen Entwicklungsländern enorm beeinflusst. Beziehungsweise wenn diese Entwicklungsländer Weizen importieren, dafür sorgt, dass die Leistungsbilanzdefizite wesentlich größer werden. Also es ist eine sehr dramatische Entwicklung, die man hier beobachten kann. Und der Weizenpreis ist ein relativ gutes Beispiel dafür, dass wir es hier mit Überspekulationen zu tun haben, die wenig mit der realen Wirtschaft zu tun haben. Denn zwischen 2020 und 2022, was hatten wir da? Wir hatten die Corona-Erholung und den Ausbruch des Ukraine-Krieges. Und in der Spekulation einer eventuellen Knappheit von Weizen hat sich der Preis, wie gesagt, verdoppelt. Aber dass das nur eine Spekulation war, dass das wenig mit irgendwelchen realen Ereignissen zu tun hat, das sieht man mittlerweile, da der Preis mittlerweile wieder auf dem Stand von 2020 ist. Also wenn an dieser Spekulation irgendwas dran gewesen wäre, dann wäre der, also wenn hier wirklich nur neue Informationen verarbeitet worden wären, dann wäre der Preis ja auf dem Stand von 2022 dann geblieben und nicht wieder auf die alten Stände zurückgesunken. Und um diese massive Spekulation erklären zu können, gehen wir auf den eingangs erwähnten John Maynard Keynes zurück. Keynes beschrieb diese Spekulation als Erwartungsbildung über Erwartungsbildung. Weil einen Spekulanten steigenden Weizenpreis erwarte, spekuliert er auf steigenden Weizenpreis. Der Weizenpreis steigt und das bringt noch mehr Spekulanten dazu aufzuspringen und steigende Weizenpreise zu erwarten. Die Medien schreiben über steigende Weizenpreise, über eine drohende Knappheit und noch mehr Leute spekulieren auf steigende Weizenpreise. Und wenn diese Wetten dann irgendwann wieder aufgelöst werden, dann kollabiert der Preis wieder und wir sehen diese typische Entwicklung. Eine Blase bildet sich und fällt wieder in sich zusammen. Das hat bei Weizen, wie gesagt, sehr dramatische Folgen. Das führt dazu, dass es Hungersnöte gibt. Das führt dazu, dass viele Menschen in Entwicklungsländern sich ihre Nahrungsmittel nicht mehr leisten können. Wir haben ja selbst in den Supermärkten in den letzten Jahren gesehen, wie stark die Nahrungsmittelpreise gestiegen sind. Und das hat zu sehr guten Teilen mit Lebensmittelspekulation zu tun. Lebensmittelspekulation, die wenig mit der Realwirtschaft zu tun hat, die aber eben, wie eben erklärt, einen Einfluss auf die Realwirtschaft hat. Und diese Spekulation, die findet natürlich nicht nur an den Rohstoffmärkten, sondern auch an den Aktien- und den Anleihemärkten statt. Und hier gibt es einen Zusammenhang zwischen übertriebenem Optimismus an diesen Märkten und übertriebenem Optimismus in der Realwirtschaft. Wenn in der Realwirtschaft Optimismus herrscht, dann werden zusätzliche Investitionen getätigt. Dann glaubt man, dass Investitionen gewinnbringend wären, die es bei nüchterner Betrachtung eigentlich nicht wären. Aber da alle wesentlich positivere Zukunft erwarten, als eigentlich Eintritt, spekulieren sie eben auch auf diese positivere Zukunft. Ja, und dadurch bildet sich dann ja auch die positive Zukunft, weil die Investitionen auch stark zusammenhängen mit dem Gewinn. Das heißt, wir haben hier teilweise selbsterfüllenden Optimismus und vielleicht auch nochmal an die Erwartungsbildung am Rohstoffmarkt, wie man das vielleicht ganz gut formulieren kann. Wenn ich so ein Derivat halte, das hast du quasi gerade schon angedeutet, dann überlege ich nicht, wie viel Weizen wird in einem Jahr da sein. Dann überlege ich nicht, wie ist meine Erwartung, sondern überlege ich, wie ist meine Erwartung an die durchschnittliche Erwartung, damit ich weiß, zu welchem Preis ich dann wahrscheinlich dieses Derivat also loswerde. Das hat also sehr wenig nur noch mit der Realwirtschaft zu tun. Klar, wenn die Weizenproduktion langfristig steigt, dann wird auch irgendwann der Preis wieder runterfallen. Das kann ich als Spekulant nicht verhindern, aber in der Frist, in der ich agiere, da geht es mir einfach nur um den Preis und das hat nichts mehr mit der Realwirtschaft zu tun. Ja, ja, und bei einem Boom, da hat man eben zu positive Erwartungen an das Wachstum der zukünftigen Wirtschaft, an das Wachstum der Gewinne. Und dieser Optimismus, der ist an den Finanzmärkten noch, beziehungsweise der Pessimismus, dann in Abschwungphasen noch mal wesentlich stärker ausgeprägt als in der Realwirtschaft, aber es hat Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Keynes schreibt in seiner allgemeinen Theorie dazu folgendes. Auslöser von Booms, die früher oder später in einen Abschwung münden, ist also die Kombination eines Zinssatzes, der bei einer realistischen Erwartung zu hoch für Vollbeschäftigung wäre, mit irrigen Erwartungen, die, solange sie anhalten, dafür sorgen, dass dieser Zinssatz de facto nicht als Abschreckung dient. Ein Boom ist eine Situation, in der übertriebener Optimismus über einen Zinssatz triumphiert, der nüchtern betrachtet exzessiv erscheinen wird. Wenn Unternehmen also rational schauen würden, ist dieser Zinssatz jetzt eigentlich zurückzahlbar, dann würden sie eigentlich sagen, nee, wir nehmen lieber keine Kredite auf, da sie aber übertriebene Erwartungen an ihre zukünftigen Gewinne haben. Sagen sie, okay, für den Zinssatz können wir jetzt doch Kredite aufnehmen, also verschulden sie sich zusätzlich. Und wenn dann irgendwann Pessimismus eintritt, wenn die Erwartungen an zukünftige Gewinne enttäuscht werden, dann sind es plötzlich die Schulden viel zu hoch und die Unternehmen müssen anfangen, Schulden abzubauen. Sie müssen ihre Produktion zurückfahren und das führt dann in eine sich selbst verstärkende Rezession. Ja, das ist ja sehr interessant, was du sagst. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation ein. Wir beide haben ja sehr, sehr gut dargelegt, warum die Zentralbank die Zinsen unten halten sollte. Anfangs, dann haben wir gesagt, warum sie senken sollte. Also da sind wir ja sehr gut drauf eingegangen, wegen der Rezession, wegen steigender Arbeitslosigkeit, die jetzt auch tatsächlich am steigen ist langsam, zumindest also in Deutschland. Und ja, was sagt das aber eigentlich aus, wenn die Zinsen jetzt wieder auf Null fallen würden von der Zentralbank, wenn die plötzlich so ein bisschen klüger werden würden? Würde dadurch dann die Konjunktur schon in Schwung kommen? Oder würde nach Keynes nicht viel mehr erstmal noch gar nichts passieren, weil die Erwartungen aktuell niedrig sind? Und bei schlechten Erwartungen, das haben wir ja gerade gehört, wird auch nicht investiert bei niedrigen Zinsen, weil ja sozusagen die Erwartung an den Gewinn schlecht ist. Ja, definitiv. Also das dürfte passieren. Also Zinssenkungen, die würden jetzt wahrscheinlich keinen groß positiven Einfluss haben. Aber hohe Zinsen, die werden die Wirtschaft noch weiter zum Abstürzen bringen, oder? Ja, genau. Das führt zu einer Insolvenzwelle. Wenn ich jetzt einen sehr niedrigen Gewinner habe und jetzt muss ich plötzlich noch mehr Zinsen auf mein Fremdkapital bezahlen, dann werde ich erst recht also in die Pleite getrieben. Also klar, das ist ganz klar, Konjunktur, also das verstärkt die Rezession, sagen wir es lieber mal so, es verstärkt die Pleitewelle. Aber wirklich reichen tun Nullzinsen halt eben nicht, um die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen. Dafür brauchen wir gute Finanzminister, eine gute Fiskalpolitik tatsächlich. Und jetzt ist die Frage, wie sollte man fiskalpolitisch und zinstechnisch verfahren in einer Boomphase? Also wir haben ja gerade keine Boomphase, aber wenn wir jetzt wirklich Vollbeschäftigung, gut laufende Wirtschaft, reichhaltige Unternehmensinvestitionen, also das haben wir ja seit mehreren Jahrzehnten schon nicht mehr, wenn wir das alles hätten, wie sollte die Zentralbank sich dann verhalten? Man liest ja häufig, dass Keynes meinte, man solle in guten Zeiten etwas zurücklegen, um dann in der Krise entsprechend mehr ausgeben zu können, beziehungsweise man solle in guten Zeiten durch höhere Zinsen den Boom abschwächen. Das liest man häufig, das stimmt aber nicht. Keynes schreibt nämlich, bei einem Boom ist das Mitte der Wahl nicht ein höherer Zinssatz, sondern ein niedrigerer. Denn durch diesen kann der sogenannte Boom andauern. Das richtige Mittel gegen Konjunkturschwankungen ist nicht, die Booms abzuschaffen und dauerhaft in einem Zustand der Semi-Rezession zu verharren, sondern Konjunkturschwünge abzuschaffen und uns dauerhaft in einem quasi Boom zu halten. Ja, das sagt, glaube ich, alles aus. Das, was wir seit 70 Jahren bei den Zentralbanken sehen, dass also im Boom immer die Zinsen angehoben werden, um jeden kleinen Boom sozusagen zu unterbrechen, das ist natürlich eine anti-keynsianische Politik. Zeitweise hielt man das für eine keynsianische Politik, aber wie du schon sagst, es hat absolut nichts mit Keynes zu tun. Da hat man sich, glaube ich, im Namen stark vergriffen, also diese Politik in irgendeinen Zusammenhang mit Keynes zu bringen. Ja, Keynes ist eben nicht dafür, dass man in schlechten Zeiten zurücklegt, um in guten Zeiten etwas zurücklegt, um für die schlechten Zeiten gewappnet zu sein. Er ist dafür, dass die Regierung schlechte Zeiten, konjunkturell schlechte Zeiten komplett abschafft. Es sollte keine Rezessionen mehr geben, sondern nur noch Boom. Es sollte eine dauerhafte, mit Vollbeschäftigung wachsende Wirtschaft geben und keine Rezessionen mehr, keine Phasen der Schrumpfung, keine Phasen des Produktionsrückgangs, keine Phasen von hoher Arbeitslosigkeit, sondern es sollte immer Vollbeschäftigung herrschen. Das ist die Maxime, die sich durch die gesamte allgemeine Theorie von Keynes zählt. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz, wie kam es eigentlich zu der Verwirrung, dass man das dachte? Man hat irgendwann angefangen, die Wirtschaft in Fristen einzuteilen. Und die, die dann Keynes falsch interpretiert haben, gingen halt davon aus, dass Keynes gab es eine kurze Frist, da sorgt er für Vollbeschäftigung. Und in der langen Frist macht man immer genau das Gegenteil von dem, was man in der kurzen Frist macht. Es ergibt aber gar keinen Sinn, weil wenn wir jetzt sagen, in zehn Jahren machen wir das Gegenteil von dem, was wir heute machen, in zehn Jahren ist ja quasi dann unser Heute. Und dann müssen wir ja immer noch das Gleiche machen. Immer noch die Empfehlung von Keynes, machen wir Vollbeschäftigung zur Sorge und nicht das Gegenteil von dem machen, was wir heute machen. Also diese Einteilung in Fristen macht ja keinen Sinn, weil wir quasi einfach nur einen Ablauf von kurzen Fristen haben, um eine lange Frist zu erreichen. Da hat man sich einfach, das ist einfach nur Modelltheorie, die Wirtschaft in Fristen einzuteilen. Am Ende kommt man immer quasi, heute ist man immer in der kurzen Frist und daran können auch die Modelltheoretiker nichts ändern. Ja, es ist auch eine ziemlich inkonsistente Theorie, wenn man sagt, in der langen Frist, da muss man das Gegenteil machen von dem, was man in der kurzen Frist machen soll, ohne da die Verbindung zwischenzuzeigen. Also es muss ja dann irgendeinen Mechanismus geben, der aufzeigt, warum Dinge in der langen Frist schädlich sind, die in der kurzen Frist gut sein sollen. Aber diesen Mechanismus gibt es nicht, sondern man unterscheidet einfach die zwei Fristen und tut so, als könnte man das in einem Modell vereinigen. Aber das kann man eben nicht. Ja, das geht halt nur, weil im Modell gibt es halt keine historische Zeit, also Zeit, die sich tatsächlich abspielt, sondern halt irgendeine Modellzeit. Und es ist die Zeit, wenn man mit dem Auge das Modell abgeht, dann hat die kurz- und die lange Frist stattgefunden. Aber keine historische Zeit, keine echte Zeit, da gibt es kein Heute und kein Morgen und das ist halt eben das Modellproblem. Ja, und damit würde ich mich auch schon von dieser Wirtschaftstalk-Folge, die etwas kürzer war als die letzten, verabschieden. Ja, ich auch, würde ich sagen.